In letzter Zeit lese ich immer wieder mal in der Geschichte von Maria und Martha, wo Jesus in ihr Haus kommt, um sie zu besuchen. Immer wieder sinne ich darüber nach, wie war das, wie kann ich mir das vorstellen, wie ist das abgelaufen und was habe ich schon alles in Predigten über diese Situation gehört. Im Moment denke ich darüber nach, dass es wichtig ist, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen. Das heißt, dann wenn es darum geht, dass wir wirklich zur Ruhe kommen und uns zu den Füßen Jesu zu setzen. Ihn zu hören, auf ihn zu sehen, von ihm zu lernen, ihn wirklich im Herzen zu haben, ihn anzubeten und wirklich zu sagen, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. So viele andere Dinge im Alltag greifen nach mir und wollen mich wegziehen eigentlich aus diesem Ort der Ruhe. Es wird immer gesagt, Martha war die Beschäftigte, die hatte keine Zeit und dann kommt sie ja auch zu Jesus und sagt, sag mal, muss ich hier alles alleine machen? Und es war tatsächlich so. Maria hatte den Augenblick erfasst. Sicher war sie ja auch eine, die im Haus vieles gemacht hat. Es ist ja bestimmt nicht so gewesen, dass Maria sich nur zurückgesetzt und im Sessel gesessen hätte, um sich bedienen zu lassen oder nur auf diesen Tag hingelebt hätte, wo Jesus in ihr Haus kommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass sie ein Verlangen nach Jesus hatte, nach dem, was er sagt. Seine Worte waren für sie zu einer Lebensquelle. Das, was er sagte, das war ihr so wichtig, dass sie wirklich alles stehen und liegen ließ, um zu seinen Füßen zu sitzen, um ihn zu hören, zu sehen, zu hören, was sagt er, was kann ich in mein Leben davon mitnehmen, was kann ich einbauen, wovon habe ich dann Kraft, was gibt mir Kraft, wie kann ich weitergehen? Ich glaube, dass es wirklich für uns an der Zeit ist, den Augenblick zu erfassen, wirklich Zeit zu nehmen, um sich zu den Füßen Jesu zu setzen. Das heißt für uns heute, dass wir uns an einen Ort zurückziehen, wo wir uns auf Jesus konzentrieren können. Dass wir uns an einen Ort der Gemeinschaft mit ihm zurückziehen, wo wir ihn anschauen, wo wir in seinem Wort studieren und lesen, wie er wirklich ist. An einen Ort zu kommen, wo er uns erneuert, wo er uns Kraft zusprechen kann, wo wir aus dieser Freude der Gemeinschaft mit ihm Kraft schöpfen können. Ich wünsche dir, dass du wieder ganz neu dahin kommst, zu suchen, wo ist dieser Platz, dieser geheime, dieser versteckte Platz der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wo kann ich mir da Zeit wirklich nehmen? Wir müssen uns heute wirklich Zeit nehmen, um in seiner Gemeinschaft aufzutanken, zur Ruhe zu kommen, abzuschalten, uns neu einfach aufrichten zu lassen, ermutigen zu lassen von ihm. Es gibt keinen besseren Ermutiger als den Herrn selbst. Nichts ist so ermutigend wie er. Die Worte, die er spricht, sind Worte des Lebens und die werden dein Herz erreichen. Immer. Und ich wünsche dir, dass du heute danach Ausschau hältst. Wo kann ich Zeit für diesen geheimen Ort, für diesen versteckten Platz, für diesen Schatz der Gemeinschaft mit dem Herrn, wo kann ich das einrichten, wo kann ich das finden, wo kann ich das organisieren? Und du wirst merken, dass wirklich da Kraft von Jesus fließt, Kraft aus seinem Heiligen Geist kommt. Ich wünsche dir, dass du erlebst heute, dass Gott mehr für dich hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!